Was ist Precision? Und was ist Recall? Und was ist überhaupt der Unterschied zwischen Precision und Recall? Mit den Begriffen Precision und Recall sind Bezugsgrößen gemeint, anhand derer die Qualität einer Suchergebnismenge gemessen werden kann. Abhängig vom Ziel der Suchanfrage sind Precision und Recall unterschiedlich wichtig. So kann es für einen Nutzer bei einer Suchanfrage besonders wichtig sein, schnell ein paar relevante Ergebnisse zu bekommen, während er bei einer anderen Suchanfrage auf jeden Fall ein vollständiges Ergebnis benötigt. Die Precision stellt dabei ein Maß für die Genauigkeit der Recherche dar. Der Precision-Wert zeigt, wie viele der ausgeworfenen Ergebnisdokumente relevant sind. Hierbei wird der Anteil relevanter Ergebnisdokumente an der Gesamtmenge der ausgegebenen Ergebnisdokumente berechnet. Der Recall misst die Vollständigkeit der Recherche. Der Recall-Wert zeigt, welcher Anteil der insgesamt im ganzen Datenbestand vorhandenen relevanten Dokumente in der Ergebnismenge vorhanden sind. Er beschreibt also das Verhältnis relevanter Ergebnisdokumente zu allen relevanten Dokumenten im Datenbestand. Allerdings bedingen sich Precision und Recall in aller Regel gegenseitig. Wenn der Recall steigt, sinkt die Precision und umgekehrt. Je genauer eine Suchanfrage gestellt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass nicht alle relevanten Dokumente gefunden werden. Legt man dagegen Wert darauf, möglichst alle Dokumente zu einer bestimmten Suchanfrage zu finden, steigt die Wahrscheinlichkeit für irrelevante Treffer. Wann benötigt man einen hohen Precision-Wert, wann einen hohen Recall-Wert? Ein hoher Precision-Wert ist vor allem dann wichtig, wenn nach einem oder nach wenigen Dokumenten gesucht wird. Beispiel hierfür könnte die Suchanfrage Granularsynthese sein, wenn der Nutzer sich nur grundlegend über das Thema informieren möchte und dazu ein paar relevante Dokumente benötigt. Ein hoher Recall-Wert ist hingegen wichtig, wenn keine relevanten Dokumente übersehen werden dürfen. Ein Beispiel hierfür wäre die Patentsuche. Bevor ein Unternehmen viel Geld in die Patententwicklung investiert, muss es sicher gehen, dass noch kein Patent zu diesem Thema angemeldet ist. Dafür ist es sinnvoll, sich einen Überblick über alle Dokumente zu verschaffen, die in irgendeiner Weise mit dem angestrebten Patent übereinstimmen könnten. Es müssen demnach alle relevanten Dokumente in der Treffermenge erscheinen. Das theoretische Ziel der meisten Information Retrieve-Systeme ist maximaler Recall bei maximaler Precision. Die Ergebnismenge besteht aus allen relevanten Ergebnissen, wobei alle irrelevanten Ergebnisse ausgeschlossen werden sollen. Dieser sogenannte heilige Kral kann jedoch in der Realität nicht erreicht werden. Es sind nur Annäherungen möglich. Die Ergebnisse von der Realität nicht verabschieden,